Steine Flügel begleiten mich das ganze Leben, seit Kindheit. Es gibt kein anderes Instrument, der mir so nahe liegt, am Herzen, am Finger, im Klang und ich bin sehr, sehr froh und ein bisschen stolz, schon so viele Jahre auf Steinway immer gespielt zu haben. Ich habe mein erstes Konzert in 1950 gespielt, auch auf einem Steinway und ich werde mein letztes Konzert wahrscheinlich im 22. Jahrhundert auch auf Steinway spielen. Hi everybody, it's Lang Lang here. There's no way but Steinway and it's simply the best. Also, ich muss sagen, wenn ich einen Wunsch habe zum 90. Geburtstag, möchte ich das, wie mein ganzes Leben begleitet sein werde, immer von einem Steinway. Denn Steinway bedeutete für mich, dass ich sprechen konnte in der Musik und ein Instrument habe, das ich liebe. Und meistens war da immer jemand so furchtbar nett, der mir geholfen hat, sodass ich das richtige Instrument hatte. Ich bedanke mich. Ein Pianist ohne Steinway ist wie ein Sänger ohne Stimme. Ich bin Ludovico Inaudi. Ich bin ein Pianist und Composer. Ich spiele Steinway seit dem Anfang meiner Karriere. Und mit Steinway habe ich gefunden, das Geräusch war ich und meine Stimme. Danke. Nach 70 Jahren zu spielen. Ich bin überzeugt, dass Steinway noch ein Instrument ist, auf dem man kann alles, was man will, und alles, was man will. Ich bin ein Gehirn. Ich bin überzeugt, wie man will, und alles. Ich bin überzeugt, wenn ich in einer Stimme mit einer Stimme eine Stimme habe. In der Steinway kann ich alles haben. Kein Kompromissung. Und ich kann alles in organisch, perfekter Fusion. Es gibt eleganz. Es gibt eine Anarchung. Es gibt eine Anarchung. Es gibt eine Heilunges Willen. Es gibt es eine Ausstellung. Es gibt eine Ausstellung. In anderen Pianos, man muss manchmal einfach ein anderes wählen. Sie müssen die Schönheit für die Kraft und so weiter. Aber in einem gut gehalten Steinweg, Sie können es nicht alles kompromisieren. Just wie 2 x 2 ist 4 und die Erde bewegt die Sonne, Steinweg ist der beste Piano. Das ist wie es ist. Hallo, ich bin Nelson Freire von Brasilien. Ich möchte sagen, dass Steinweg immer mit mir, seit ich ein Kind war. Es ist immer ein Freund und ein Lehrer. Ich muss sagen, dass es eine Person ist, die immer verändert und entwickelt, und es gibt viele Sorgen. Ich hoffe, dass wir noch ein lange Zeit bleiben. Ich bin Leif Uwe Ansnes. Ich denke, ein guter Steinweg Grand Piano Offers the richest vocabulary of sounds a pianist could ever wish for. Hi, I'm Yuzha Wang. Steinweg allows me to unfold the world of imagination and is an inevitable choice. Ich bin Christoph Eschenbach. Ich bin Christoph Eschenbach. Ich lebe mit Steinweg meine ganze Leben mit Steinweg. Er ist mein bester Kompagnon. Er wird mein bester Kompagnon sein, bis ich lebe. Er ist mein bester Kompagnon. In 1999, ich habe diese Statement geschrieben, »An impossible love oder pure magic. Aber eine wirkliche, schöne Steinweg noch spielt besser als ich. Ich denke immer so. Ich denke immer so.